Also, legen wir los. Es ist ja ein ziemlich knackiges Thema, was ich mir für einen so gemütlichen Sonntagabend ausgesucht habe. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass wir so viele sind und dass ihr Interesse habt, zu lernen, zu wachsen, euch mit euch selber zu verbinden und einfach, ja, euch was Gutes zu tun auf so vielen Ebenen. Und wir werden heute Abend ein bisschen Theorie hören. Ich werde euch meine Ansichten zu dem Thema Selbstwert, Identität und Trauma unterbreiten, soweit das in einem kleinen Stündlein möglich ist. Dann gibt es die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, die vermutlich sich möglicherweise ergeben werden oder die ihr vielleicht eh mitbringt. Und dann machen wir zum Abschluss eine kleine feine Meditation, um so ein bisschen, ja, das Ganze zu integrieren. Gut, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, bin ich ja sehr traumaspezialisiert und es kristallisiert sich in letzter Zeit wirklich sehr raus, wie groß hier das Interesse ist, wie stark das Bedürfnis ist, über dieses Thema zu lernen, was mich unglaublich freut. Ich habe das festgestellt auch, als ich zuletzt wieder mal nach Themenvorschlägen für ein Abendwebinar gefragt habe. Und da kamen fast ausschließlich Fragen zu Trauma. Und deswegen wird es auch bald wieder ein Q&A zu Trauma geben. Und stay tuned, dann kommt also eine E-Mail mit dieser Ankündigung. Jetzt aber zu unserem Thema von heute Abend. Also das Thema Selbstwert ist ja eins, was sich tatsächlich einfach nicht erschöpft. Und ich möchte heute Abend so gerne ein bisschen dieses Thema unter dem Blickwinkel beleuchten, dass wir vielleicht am Ende so ein paar Antworten darauf haben, wie du dir selbst ein wohliges und sicheres Zuhause sein kannst, auch wenn dein Selbstwert im Laufe deines Lebens vielleicht sehr erschüttert wurde. Also dieses Zuhause, dass du dir sein kannst, vielleicht ein wenig Erdbebenqualität erlebt hat oder auch eine Menge. Es soll also am Ende was Schönes dabei rauskommen. Und zuerst werden wir aber auch ein bisschen so in Zusammenhänge abtauchen, die nicht ganz so lustig sind, aber auf jeden Fall informativ und hoffentlich dementsprechend hilfreich. Also sei eingeladen, jeder Einzelne hier, sei du ganz speziell eingeladen, beim Zuhören gut für dich zu sorgen, zu schauen, dass du es kuschelig hast, dass du es warm genug hast, dass du was vielleicht Warmes und Leckeres zu trinken hast und dass du jederzeit einfach gut für dich sorgst. Wenn was in dir berührt ist, schreib gerne in den Chat, wie es dir geht und sei einfach in Verbundenheit. Hallo liebe Babette, wie schön. Bevor wir loslegen, bevor ich mit der Theorie loslege, möchte ich dich einladen, einmal kurz in dich reinzuspüren, ganz für dich, musst du auch nicht in den Chat schreiben, sondern erstmal einfach nur für dich zu spüren, was ist denn so dein hinderlichster Glaube, den du über dich selbst in dir trägst. Was ist der hinderlichste Glaube über dich, den du noch trägst? Und ich mag dich einladen, diesen Glauben, diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung, wie auch immer du es nennen magst, heute Abend so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn ich gleich erzähle. Denn es könnte sein, dass sich an diesem Glauben heute Abend ein bisschen was verändert. Mir ist aufgefallen oder mir fällt immer wieder auf, dass Menschen, die sich auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung befinden, Menschen, die so wie wahrscheinlich alle, die hier heute Abend zuschauen, sich auch auf so einer Art Selbstheilungsweg befinden, dass die oft ziemlich stark beschäftigt sind mit Selbstzweifeln, mit sowas wie Versagensängsten oder mit Gefühlen und Sorgen nicht gut genug zu sein. Ich sage jetzt also etwas zum Prozess, in dem wir uns alle irgendwie im Laufe der Zeit befinden, wenn wir heilen. Dass uns so viele Selbstzweifel, so viele hinderliche Gefühle wie Versagensängste und ähnliches auf diesem Weg begegnen hat, glaube ich nach meiner Erfahrung viel damit zu tun, dass wir, je mehr wir uns selbst reflektieren, je mehr wir mit uns in Kontakt kommen, desto mehr Möglichkeiten haben, zu zweifeln. Also unsere Zweifelfähigkeit wird sozusagen differenzierter. Und in der Regel ist es ja auch so, dass wir auf einem Heilungsweg, in einem Heilungsprozess, in einem Wachstumsprozess nach und nach mehr Kapazität entwickeln für unsere Gefühle, für unsere Wahrnehmung, für die Wahrnehmung unserer Innenwelt. Und dass sich auch daraus ergibt, dass wir mehr von dem wahrnehmen, was noch nicht so erlöst ist, was vielleicht noch gehalten ist, was an alten Prägungen, Überzeugungen oder auch Traumatisierungen noch im System schwingt. Und man könnte vielleicht auch ganz einfach sagen, dass je bewusster wir uns werden, je bewusster du dir selbst wirst, desto bewusster wirst du dir auch der unangenehmen Gefühle, die vielleicht bis zu dem gewissen Zeitpunkt nur subtil im Hintergrund gewirkt haben und nicht so spürbar waren in so einer klaren und krassen Qualität. Das ist vielleicht sozusagen ein Erklärungsansatz dafür, warum besonders reflektierte Menschen und Menschen, die auf dem Weg sind, oft besonders zweifelig unterwegs sind. Was ja eigentlich echt schade ist. Okay. Damit klar wird, was das ganze Thema Selbstwert und Trauma mit auch Identität zu tun hat, mache ich jetzt einen kleinen Ausflug in unsere frühen Jahre. Und zwar so in den Bereich unserer Entwicklung, wo sich unser Selbstwertgefühl beginnt aufzubauen. Und diese Zeit, in der der Grundstein für ein Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein, auch für reflektierte, später reflektierte Selbstwahrnehmung gelegt wird, ist tatsächlich in unseren frühesten Jahren. Jeder, der schon von Entwicklungstrauma gehört hat, weiß, worüber ich jetzt gleich sprechen werde. Wenn du davon noch nichts gehört hast, macht das gar nichts. Ich werde das heute Abend recht einfach zusammenfassen. Also, der Grundstein für unser Selbstwertgefühl wird in unseren frühesten Jahren gelegt. In den Jahren, wo wir noch sehr angewiesen sind auf unsere Bezugspersonen. Ich spreche im Grunde jetzt auch als kleine Randnotiz über das, was wir heute als Neuroplastizität kennen. Also als die Fähigkeit unseres Gehirns, nutzungsbedingt zu lernen und sich zu entwickeln. Unser Gehirn lernt, nutzungsbedingt. Das, was wir gezeigt kriegen, was wir aufnehmen können, das, was uns von außen gegeben wird, beeinflusst in einem unbeschreiblichen Maß, wie wir uns entwickeln, auch wie sich unsere Gehirnstrukturen entwickeln, wie sich dementsprechend auch darauf aufbauend unsere Persönlichkeit entwickelt. Also, der Grundstein wird so früh gelegt, dass der Grundstein tatsächlich nicht von uns selbst gebaut wird, sondern dieser Grundstein unseres, die Basis unseres Selbstwertgefühls besteht aus unseren Erfahrungen unserer frühen Kindheit. Und wir entwickeln oder wir lernen am allerleichtesten, am allerkreativsten und am allerentspanntesten, wenn wir ein Gefühl von Sicherheit haben. Das bedeutet, wenn unsere Bezugspersonen uns Sicherheit geben können, das Gefühl, bei ihnen in einem sicheren Hafen zu sein, dann können wir uns entspannt und differenziert entwickeln, weil wir dann nicht dauerhaft im Stress sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist sehr wichtig zu verstehen an dieser Stelle, wo wir jetzt nach der Wurzel unseres Selbstwertgefühls gucken, wie essentiell wichtig das Gefühl von Sicherheit ist, das empfundene Erleben von Sicherheit, also von versorgt sein, von geborgen sein, von im Grunde so geliebt sein, wie man ist, willkommen sein, so wie man ist, geachtet sein, so wie man ist, ernst genommen werden, so wie man ist, mit den Gefühlen, die da sind, mit den Empfindungen, die da sind. Und das, was ich jetzt gerade beschreibe, ist im Grunde das, was man sichere Bindung nennt, eine sichere Bindung zu den Bezugspersonen. Wenn wir Bezugspersonen haben, die so mit uns umgehen, dann sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das, was wir nach innen nehmen, als Information von außen, in ein angenehmes Selbstbild wandeln können. Das ist jetzt der nächste Schritt in dieser sehr komplexen Entwicklung, die ich gerade runterbreche. Also anders gesagt, durch die Spiegelung unserer Bezugspersonen entwickelt sich unser Selbstbild oder auch ganz verschiedene Selbstbilder durch verschiedene Impulse von außen. Also wenn ich die Spiegelung erhalte, ich bin willkommen, ich bin geliebt, ich bin eine Freude für die anderen, dann entwickle ich daraufhin ein Selbstbild. Und an der Stelle ist auch wichtig zu verstehen, dass Kinder keine andere Wahl haben, als das, was sie gespiegelt bekommen, 100% persönlich zu nehmen. Das hat auch was mit der Gehirnentwicklung zu tun und einfach gesagt hat es zur Folge, dass Kinder nicht unterscheiden können, das hat was mit mir zu tun oder vielleicht nicht. Vielleicht hat es nichts mit mir zu tun, weil jemand gerade nur schlecht drauf ist, sondern Kinder nehmen alles nach innen in diesen frühen Phasen, in diesen frühen Jahren, die die ganze Kindheit ungefähr überdauern in unterschiedlicher Intensität. Also wir bilden Selbstbilder aus den Spiegelungen, die wir von außen bekommen. Ich denke, das ist verständlich wahrscheinlich bis dahin. Und nun könnte man die Frage stellen, was ist bitte ein Selbstbild? Und ich würde sagen, aus allem, was ich bisher gelernt habe über Entwicklungspsychologie, über Trauma, über Bindungstrauma, über die Entwicklung von darauf aufbauenden Persönlichkeiten, dass Selbstbilder das sind, was wir später als Identität wahrnehmen. Also wir identifizieren uns mit unserem Selbstbild, mit unseren verschiedenen Selbstbildern, die wir von außen nach innen nehmen. Ich muss mal schauen, dass ich hier die ganzen verschiedenen Chats im Blick habe. Hier kommen wir also zu dem Thema Identität tatsächlich. Wir, noch mal wiederholt, wir haben als Kinder nicht die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir das nach innen nehmen wollen oder nicht, sondern wir nehmen es nach innen und daraus formt sich ein Selbstbild. Und mit diesem Selbstbild oder mit diesen Selbstbildern identifizieren wir uns als Menschen. Gut. Hier haben wir also tatsächlich inzwischen ein Bild jetzt von einem Menschen, der sich entwickeln möchte, der sich entfalten möchte, der seine Natur entfalten möchte und der aber in der Lage ist, also in der Situation ist, erstmal nur von den anderen zu lernen und durch die anderen die Möglichkeit und den Raum zu bekommen, sich selbst zu entfalten oder zu entwickeln. Optimalerweise, optimalerweise läuft es so, dass wir eine sichere Bindung von außen bekommen und eine freundliche Spiegelung, ein feinfühliges Begegnen und dadurch entspannt sind, Sicherheit empfinden und dadurch die Welt entdecken können und dabei lernen, wer wir wirklich sind. Nun kommt das Thema Trauma mit ins Feld. Nochmal explizit. Ich habe ja im Teaser sozusagen in der Ankündigung für dieses Webinar die Frage gestellt, warum treffen uns frühe Traumatisierungen so sehr im Kern unseres Selbstwertgefühls? Und im Grunde habe ich jetzt gerade schon etwas darüber erklärt. Diese frühen Traumatisierungen landen so sehr in der Mitte oder im Kern unseres Selbstwertgefühls, weil es sich eben gerade entwickelt und weil diese Entwicklung komplex ist. Und Traumatisierungen, traumatische Situationen, sequenzielle Traumatisierungen vor allem, also zum Beispiel eine Kindheit, in der man sich nicht sicher gebunden fühlt, Traumatisierungen erschüttern immer das Gefühl von Sicherheit. Das bedeutet, wenn du dich erinnerst, was ich vorhin gesagt habe, dass Traumatisierungen einen Zustand schaffen im kindlichen Bewusstsein, der es verbietet beziehungsweise der es unmöglich macht, entspannt zu lernen. Wenn Sicherheit nicht empfunden werden kann, können wir nicht lernen. Wenn Sicherheit nicht empfunden werden kann, was ein Merkmal von Trauma ist, dann ist der Mensch gestresst. Dann ist der Mensch in seinem Nervensystem, in seiner Biophysiologie, in einem Stresszustand. Und das wiederum bedeutet, der Mensch entwickelt Überlebensstrategien. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Ich mache ein Schweinsgalopp durch ein komplexes Thema. Aber eigentlich vermute ich, du spürst die Logik und auf eine gewisse Art und Weise die Einfachheit, die darin liegt. Wenn wir also gestresst sind, wenn das Nervensystem erregt ist und wir dadurch Überlebensstrategien entwickeln müssen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, offen zu sein in der Wahrnehmung, entspannt zu sein in der inneren Haltung und neugierig zu sein, etwas zu entdecken. Sondern Überlebensmodus bedeutet, überleben wollen und einen eingeschränkten Blick zu haben auf das Überleben. Ich glaube, am Rande gesagt, und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, dass wir in einer Gesellschaft leben, heutzutage, wo wahrscheinlich fast alle Menschen einen Großteil der Zeit im Überlebensmodus verbringen. Also in einem chronischen Stress stecken und deswegen viel ausagieren und viel weniger kreieren. Wir leben, glaube ich, in einer Gesellschaft, wo wir so vielfältig mit Stress in Kontakt sind oder durch Stress auch oft überfordert sind, dass wir tatsächlich schnell in Überlebensmechanismen geraten. Und ich glaube, dass wir deswegen hier kollektiv in großen Schwierigkeiten stecken. Außerdem sind wir in dieser Gesellschaft, auch das gehört noch zur Randnotiz, sehr geprägt, unsere Gefühle zu unterdrücken, was übrigens eine Überlebensstrategie ist. Und das bedeutet, wir haben so etwas wie ein kollektives Feld unterdrückter Gefühle, was man auf eine andere Art ausdrücken könnte wie ein Trigger-Minenfeld. überall ungespürte, unterdrückte Gefühle, nicht gefühlte, nicht ausgesprochene Gefühle und dementsprechend auch eine Gesellschaft, in der wir in einem Überlebensmodus stecken müssen, das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, weil sonst irgendwo überall die Bomben hochgehen, zwischenmenschlich und innerlich. Das ist jetzt ein düsteres Bild, was ich hier zeichne, aber selbstverständlich werde ich da noch viele, viele Lichtfunken reinbringen und Wohltuendes und Hilfreiches anbieten. Ja, ich sehe schon, es landen auch interessante Kommentare bereits hier. Darauf werde ich später sehr gerne eingehen. Okay, nochmal zurück vom Kollektiv, hier zum Individuum. Also, nochmal wiederholt, frühe Prägungen, frühe traumatische Erfahrungen knallen so in die Essenz des Selbstwertes, weil er sich entwickeln möchte und durch den Stress und die daraus entwickelnden Überlebensstrategien eigentlich nicht wirklich eine Chance hat. Das heißt, in der Konsequenz, dass sehr viele Menschen in unserem Kollektiv vor allem mit Selbstbildern in dieser Welt sind, mit denen sie sich identifizieren, die sie also zu ihrer Identität machen, die aber aus einem gestressten Moment sich entwickeln mussten. Ich meine, wenn ich es jetzt krass ausdrücke, dass ein Großteil der Menschheit, viele von uns, einen gewissen Teil ihres Lebens in einer Art, ich sage es jetzt wirklich krass, in einer Art falschen Identität unterwegs sind, weil wir in unseren Überlebensstrategien stecken, weil wir uns mit Überlebensstrategien und Selbstbildern, die dazugehören, identifizieren und an unserer Natur und an unserem wahren Wesen ein ganzes Stück vorbeileben. und ich glaube, das führt zu den Symptomen, die viele von uns kennen und die viele Menschen dann auch auf Heilungswege bringen oder in die Persönlichkeitsentwicklung oder wie man das auch immer nennen mag, nämlich das führt zu Symptomen der Leere, der Unzufriedenheit, der Depression, der Einsamkeit, der Bindungslosigkeit, der, ja, Unverbundenheit mit dem Leben und die, die ein bisschen Verbindung zu sich noch haben, gehen dann auf die Suche, machen sich auf den Weg und die, die diese Verbindung nicht suchen oder nicht mehr finden, die laufen ein Leben lang so durch die Welt und, ja, führen Kriege oder gehen in den Krieg oder führen eben ihre eigenen Kriege in ihrem eigenen Umfeld. Ja, und die Frage, wer bin ich, entsteht, schreibt Annette. Genau, diese Frage ist eigentlich, könnte man auch als Überschrift für heute Abend nehmen. Gut, ich möchte es an der Stelle nochmal kurz ein bisschen anders beleuchten, bevor ich dann gerne in so eine Lösungsschleife rein möchte, weil das ja bis jetzt ein bisschen schlimm klingt. Also, anders zusammengefasst könnte man sagen, durch diese frühen Prägungen, durch die daraus entstehenden Selbstbilder und Überlebensmechanismen entwickelt sich ein ziemlich komplexes Ich. Und ich habe bisher von Selbstbildern gesprochen und man könnte auch, wenn man möchte, und ich mache das jetzt mal, Selbstbilder auch als Persönlichkeitsanteile bezeichnen. Also, ich bin der Meinung, der Ansicht und mache die Erfahrung, dass ein starkes Selbstbild sich im Innern auch so ausdrückt wie ein innerer Anteil, wie ein Persönlichkeitsanteil. Und ich glaube, das hat damit zu tun oder ließe sich auch damit erklären, dass Persönlichkeitsanteile und auch Selbstbilder also gleichermaßen als äquivalent eigentlich neuronale Netzwerke darstellen. Dass also zu einem Selbstbild aka Anteil so etwas gehört wie ein Komplex aus Gefühlen, Gedanken, Körperempfindungen, Weltsicht, Glaubenssätze, Kognition, also alles wie eine geschlossene Persönlichkeit in diesem Selbstbild steckt viel drin. Und wenn du dir jetzt nochmal kurz herholst, was du zum Anfang unseres gemeinsamen Abends in dir entdeckt hast als schwierigsten oder krassesten Satz, den du über dich selbst in dir trägst, wenn du daran jetzt nochmal zurückdenkst, dann kannst du dir jetzt vielleicht vorstellen, mit meiner Einladung, das so zu sehen, dass es einen Anteil in dir gibt, der das glaubt. Das, was ich vorhin als den hinderlichsten Glauben über dich bezeichnet habe, eigentlich mehr ist als ein Glaube, nämlich ein Selbstbild oder ein Persönlichkeitsanteil, der ziemlich viel Kraft hat, weil er nämlich mit einer Überlebensstrategie verbandelt ist, verwandt oder ja, infiltriert ist. Wenn wir das so betrachten und da komme ich jetzt eigentlich zur Essenz, dann wird wieder einmal deutlich, wie wichtig es ist und wie unglaublich ja, essentiell es ist, dass wir uns selbst gegenüber sanft sind, dass wir davon absehen und immer mehr davon absehen und immer weiter davon Abstand nehmen, uns von solchen Glaubenssätzen distanzieren zu wollen, indem wir versuchen, uns zu optimieren oder indem wir versuchen, sie wegzulöschen oder irgendwie wegzukriegen und auszumerzen, sondern dass es wichtiger wäre und der nachhaltigere Ansatz wäre, dass wir versuchen zu verstehen und uns einzufühlen und uns auch dafür zu achten, dass dieser Glaube ein Schutzmechanismus ist, eine Überlebensstrategie, die um sich zu wandeln Sicherheit braucht. Und damit komme ich zu diesem Satz, den ich schon ganz früh genannt hatte, wie kann es gelingen, dass du dir selbst ein sicheres Zuhause bist? Und ich glaube genau über diesen Ansatz, dass du dich selbst verstehst als jemand, der immer zu jedem Zeitpunkt in deinem bisherigen Leben, zu jedem Zeitpunkt, es gibt keine Ausnahme, in der gesamten Biografie, der also als ein Mensch dich begreift, der zu jeder Zeit alles Beste, was ihm möglich war, getan hat, um das Überleben zu sichern. Und Überleben sichern ist ein ganz schön komplexes Unterfangen in unseren zwischenmenschlichen, feinen Beziehungen. Also, du wirst dir selbst zu einem sicheren Zuhause, wenn du dich anerkennst, in deiner, in deiner vollkommenen Ausrichtung aufs Überleben und indem du alles, was dir als destruktiv erscheint, betrachtest als einstmals überlebenswichtige oder dem Überleben dienende Strategie. Ich würde sagen, ich glaube, ich finde und ich erlebe, dass das so etwas bringt wie eine Art Entspannung, weil der innere Prozess, sich selbst distanzieren zu wollen von inneren Gefühlen, inneren Anteilen oder Verhaltensmustern, weil der sich endlich entspannen kann und weil eine andere Bewegung stattfinden kann, die der Integration, statt des sich distanzieren und wegwollens davon, kann ein Integrieren beginnen, was wirklich zur Transformation führen kann. Und wenn ich das jetzt nochmal versuche, ein bisschen runterzubrechen in eine Lösungsstrategie, bevor wir dann gerne in eure Fragen übergehen, wenn wir also so ein bisschen was wie einen Schlüssel vielleicht suchen wollen, wie es gelingen kann, in diese Drehung zu kommen, also aus den Überlebensmechanismen mehr ins Leben, aus dem Wegschieben verschiedener Persönlichkeitsanteile mehr in die Integration zu kommen, dann gibt es, ich würde mal sagen, zwei Hauptschlüssel. Der eine Schlüssel, und der ist immer essentiell, ist der, für Sicherheit zu sorgen. Weil wie gesagt, wie vorhin erklärt, Sicherheit ist die Voraussetzung, um entspannt lernen zu können. Sicherheit ist die Voraussetzung, damit unser Gehirn jenseits von Überlebensmechanismen überhaupt funktionieren kann. Und das bedeutet also großer Schlüssel, manchmal großer Prozess, du musst sozusagen in deinem Leben Sicherheit kreieren. Im Außen und auch im Inneren. Und das lasse ich einfach mal so stehen, und jeder wird für sich spüren, wie wenig oder wie viel das bedeutet. Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für das Kreieren eines zuhauses, eines sicheren Zuhauses im Inneren. Äußere Sicherheit und die innere Sicherheit ist der Prozess, der dann entsteht. Sorge für Sicherheit. Und der zweite Schlüssel, der im Grunde damit einhergeht, ist, sich die Frage zu stellen, womit du dich identifizierst. Also, ob du dich mit den Selbstbildern identifizierst, die du in den Zeiten der stressreichen Prägung entwickelt hast, oder ob es dir gelingen mag, und das ist auch wieder ein Prozess, dich nach und nach mit Selbstbildern zu identifizieren, die deiner Natur entsprechen. Und ich würde meine Hand wirklich ins Feuer dafür legen, dass alle, die heute Abend da sind, schon weit mehr über sich wissen, als diese Selbstbilder und Glaubenssätze und Überzeugungen, die in diesen frühen Prägungen entstanden sind. Also, du hast die Möglichkeit, und das klingt jetzt einfach, ich weiß, wie komplex es ist, aber im Grunde, grundlegend, hast du die Möglichkeit, nach und nach dir bewusst zu werden und zu entscheiden, womit du dich die meiste Zeit deines Lebens identifizieren magst. Dazu gehört zum einen natürlich, dir bewusst zu werden, was hast du so für Selbstbilder. Das ist eine sehr spannende Reise, auf die ich jedem empfehlen möchte, sich zu begeben, also so zu reflektieren, was hast du für Selbstbilder, diese dann anzuerkennen als einstmalige Überlebensstrategien und in dieser Anerkennung geschieht schon sowas wie eine Art Desidentifikation, also dass du merkst, du beobachtest gerade deine Anteile, du bist nicht mehr so sehr damit identifiziert. Dann beginnt bereits eine sanfte Transformation, die natürlich umso mehr Halt und Kraft und Nahrung bekommt, je mehr du dich verbinden kannst mit deinem wahren Wesen, wie ich es immer gerne nenne, oder mit deinem unversehrten inneren Kern. Also während ich das ausspreche, bin ich mir bewusst, wie viel ich da gerade zusammenfasse und was das vielleicht auch für eine Zumutung ist, das so einfach auszudrücken, aber ich mag so gerne, das ist das, was mir immer am Herzen liegt, Essenzen reichen, die dann in vielen kleinen Schritten in einem Leben ganz viel Unterschied machen können. Also versuche, Sicherheit zu kreieren, damit du lernen kannst, damit du Neues lernen kannst und dich neu entdecken kannst und werde dir bewusst, womit du dich innerlich identifizierst und erlaube dir dann, nach und nach, dich immer mehr mit deinem wahren Wesen, mit deinem unversehrten zu identifizieren. Und das ist eigentlich vielleicht auch so etwas wie ein Leitfaden oder eine Gebrauchsanweisung zur Selbstliebe, wie man sich selbst sanft und liebevoll begegnen kann. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das Komplexe, Komplexe so runterzubrechen, dass es sich anfühlt, als könnte man damit was anfangen. Und jetzt schaue ich mal hier in den Chat, beziehungsweise in beide Chats, wenn ich das irgendwie hier beides zu sehen kriege, das gelingt wohl nicht. Okay. Also, wenn ihr wollt, du liebe Zeit, ich sehe, wir sind über 100 Leute, wie schön, aber ich habe nur 100 Leute passend in meinen Raum. Das heißt, ich muss dringend mal das upgraden. Hoffentlich warten nicht so viele vor der Tür. Das tut mir sehr leid. Aber die, die nicht da sind, können das ja gar nicht hören. Also tut es mir trotzdem leid. Okay. Ihr Lieben, die Frage-Antwort-Phase ist eröffnet. Wir machen jetzt 10-Minütchen-Frage-Antwort. Wenn ihr Fragen habt, wenn nicht, meditieren wir etwas länger. Wenn euch dazu etwas einfällt, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schmeißt sie rüber. Prima. Im Frage-Antwort-Kistchen sind schon zwei Fragen. Die werde ich jetzt gleich mal vorlesen. Anonym. Meine Frage. Kannst du heute Abend etwas sagen zu, wenn ich mit jeden, mit jeden Tag, mir wahrscheinlich, wenn ich mir jeden Tag einen Power-Talk mache, also mir gute Glaubenssätze jeden Tag sage für circa fünf Minuten, stimmt es, dass sich dann das Netzwerk im Gehirn umlernt und alles weniger schlimm ist? Okay. Vielen Dank für deine Frage. Also, ich glaube, mit Power-Talk ist sowas gemeint wie positive Affirmationen. Also gute Glaubenssätze jeden Tag für ungefähr fünf Minuten und die Versprechung wäre sozusagen, dass dann das Gehirn umlernt und alles weniger schlimm ist. Also, die Möglichkeit mit positiven Affirmationen das Gehirn umzustrukturieren ist in gewisser Weise begrenzt. Ich versuche das auch ganz kurz zu erklären. Damit wir, wie ich es gerade beschrieben habe, damit wir wirklich umlernen können, brauchen wir ein entspanntes Nervensystem und wir brauchen Erfahrungen. Es ist möglich, sich Affirmationen oder Glaubenssätze so stark zu visualisieren, dass sie ein Gefühl ergeben, sodass es einen gewissen Lerneffekt hat. Es wäre aber zu viel erwartet, wenn man beispielsweise aus Traumatisierungen heraus starke Selbstbilder, Glaubenssätze, Glaubenssysteme Anteile entwickelt hat, die also mit Überlebensenergie geladen sind, dass man die mit positiven Affirmationen tatsächlich umschreiben könnte. Meine Vermutung ist, dass wir mit positiven Affirmationen oder Glaubenssätzen neue Netzwerke kreieren, also vielleicht sowas wie ein neues Selbstbild schaffen nach und nach, aber dass wir mit der Kreation eines neuen, abgegrenzten Selbstbildes nicht das verletzte, versehrte unmittelbar erreichen. damit unsere versehrten Anteile erreicht werden, brauchen sie eine direkte Zuwendung, brauchen sie Verständnis, Hinwendung und liebevolle Energie. Sie brauchen das von dir, was sie von außen damals nicht bekommen haben und das lässt sich in einem Power Talk vermutlich nicht in dieser Tiefe erreichen. Aber du spürst sicherlich, ob es dir gut tut und wenn es dir gut tut, dann mach damit ruhig weiter und beobachte einfach, inwieweit es hilft, aber erwarte nicht zu viel und vor allem kritisiere dich nicht dafür, wenn es nicht den gewünschten Erfolg bringt. Wenn es nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann ist es wohl nötig, eine Etage tiefer sozusagen dich mit den Gefühlen, die da sind, sanft auseinander zu setzen. Ich hoffe, die Antwort ist für dich und Krampf für die anderen hilfreich. Eine weitere Frage in der Frage Antwortbox. Ich war nach meiner Geburt in einer Pflegefamilie für ein Jahr. Hat mich das auch geprägt? Wenn ja, wie? Ich weiß nur, sie waren liebevoll, wurde mir erzählt. Ja, also, liebe Fragende, auf jeden Fall hat dich das geprägt in der Pflegefamilie zu sein, genauso wie jede andere Erfahrung auch. Also, unabhängig von davon, wer bei dir war, hat dich das, was dich umgeben hat, geprägt. Und, dass du nach deiner Geburt von deiner Mutter getrennt wurdest, hat auch eine Prägung auf dein Nervensystem gehabt, auf dein tiefes, tiefes Erleben von Sicherheit und gebunden sein sein und ja, willkommen sein und gehalten sein in dieser Welt. Auch wenn deine Pflegefamilie liebevoll war, was ich von Herzen mir für dich wünsche, es gibt großartige Pflegeeltern und es ist ein Segen, wenn Menschen sich dafür ihre Herzen öffnen, für Kinder, die Pflegeeltern brauchen. auch wenn sie wahnsinnig liebevoll waren, ist es ein Bindungstrauma, ein Verlusttrauma, was du erfahren hast durch die Trennung von deiner Mutter. Das klingt jetzt groß und das muss überhaupt nicht bedeuten, dass du davon heute noch schlimme Folgen trägst, aber es ist in deinem System als eine kraftvolle Erfahrung gespeichert und dementsprechend hast du da eine Prägung erfahren, aber die liebevolle Fürsorge deiner Pflegefamilie wird da eine ganze Menge aufgefangen haben, wenn du Sicherheit erlebt hast. Das ist ein sehr komplexes Thema, Trennung nach der Geburt und das Aufwachsen in einem fremden System, aber das Wichtigste wäre hier, dass du liebevoll und sicher gebunden warst an die Pflegefamilie. Wenn es dann wieder eine Trennung von diesen Personen gab, hast du leider die nächste sehr schwerwiegende Erfahrung zu bewältigen gehabt. Eine weitere Frage und ich glaube, ihr Lieben, es tut mir furchtbar leid, aber es ist jetzt absehbar, dass ich heute nicht alle Fragen beantworten werden können, können werde, weil es zu viele sind für den Zeitrahmen, aber ich nehme das mit Freude zum Anlass, wie gesagt, eine Frage-Antwort-Session explizit einzurichten. ich hoffe, ich wähle so kreuz und quer, so dass ich hoffentlich für alle was Wertvolles beantworten kann. Also, eine weitere Frage aus der Frage-Antwort-Box und dann hüpfe ich in den Chat rüber. Wie kann man Sicherheit kreieren? Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch hier einmal wieder ganz, ganz runter breche, weil dazu wird es in einer Weile auch von mir noch viel, viel mehr Material geben. Sicherheit kreieren bedeutet, einfach gesagt, einen Rahmen zu schaffen, der es deinem Nervensystem erlaubt, sich zu entspannen. Und dieser Rahmen besteht einerseits im Außen, das heißt, es muss gewährleistet sein, dass da niemand ist, der dich absichtlich verletzen möchte, dass du in Kontexten bist, in denen du erwünscht und gewollt bist, dass es eben keine destruktiven Beziehungen im unmittelbaren Umfeld gibt, das wäre äußere Sicherheit, sozusagen keinen Täterkontakt, wenn ich es mal ein bisschen krass ausdrücke, das wäre die äußere Sicherheit und für die Sicherheit im Inneren, für den Rahmen der Sicherheit in deinem Inneren, braucht es die Verbindung und das kann eine große Reise sein, zu deinem beobachtenden Gewahrsein, zu dem Unversehrten in dir, was dir das Gefühl gibt von Geborgenheit durch dich selbst. Das wäre meine kurze Antwort auf eine sehr reichhaltige Frage. Das wäre mal überhaupt eine gute Frage für eine ganze Podcast-Folge oder so ein ganzes Webinar. Jetzt mal im Chat. So, Familie Mailänder hat was geschrieben, was nur ich sehen kann, aber ich lese es vor. Was ist aus deiner Sicht der schnellste Weg zur Heilung? Kennst du dafür effektive Methoden und Tools? Bewusstsein vorausgesetzt? Gut, auch das ist eine wundervolle Frage. Vielen Dank dafür, liebe Familie Mailänder. Der schnellste Weg zur Heilung ist der, das ist jetzt ein bisschen klein liebgemeint provokative Antwort, der schnellste Weg zur Heilung ist der, es nicht schnell haben zu wollen. Also der schnellste Weg zur Heilung ist der, in eine wohlwollende und anerkennende Haltung zu kommen. Ich spreche jetzt von einer Grundhaltung, die überhaupt Voraussetzung ist für Heilung. Und diese Haltung ist die Grundvoraussetzung, dass irgendein Tool, irgendeine Methode überhaupt heilsam wirken kann. Das ist super wichtig zu verstehen. Es gibt wahnsinnig viele verheißungsvolle, vielversprechende Methoden und Tools, die manchen Menschen total gut helfen und anderen aber nicht. was was zum was zum einen damit zu tun hat, dass manche Methoden bei Trauma nicht helfen und dass andere Methoden egal sind, weil das System nicht in der Lage ist zu lernen. Wie gesagt, die Sicherheit dann fehlt. Vielleicht mag die Familie Mailänder, wenn noch nicht gehört, mal die vorletzte Podcast-Folge anhören, wo es um die Frage geht, warum manche Methoden bei Trauma nicht helfen. Und dazu passt auch die Frage, warum es so wichtig ist, dem Prozess zu vertrauen und auch die Podcast-Folge, also das letzte war auch eine Podcast-Folge, kann man Trauma überhaupt heilen? Also ich habe einiges schon zur Heilung gesagt, Entschuldigung, und da stecken einige Antworten auf diese Frage drin, weil ich verstehe sehr gut, dass man sich den schnellen Weg wünscht, aber meine Erfahrung ist, wenn es wirklich um Heilung geht, wenn es um Trauma geht, dann ist der Weg nicht schnell, sondern dann ist der Weg ein behutsamer, bewusster Wachstumsprozess und vielleicht auch ein bisschen ein Erwachensprozess und das hat nichts mit Schnelligkeit zu tun. Um überhaupt Erfolge zu erzielen, habe ich gerade gesagt, brauchen wir Sicherheit und eine innere Haltung der Geduld und des Wohlwollens. Ich hoffe, das hilft ein bisschen oder ist inspirierend. So, da ist noch eine Nachricht, ist da eine Frage. Ich habe allein, mich allein schon in diesem Umfeld hier sicher gefühlt. Oh, das ist schön. Es ist erstaunlich, was alles schon da ist, sodass manchmal eine Erinnerung reicht, einen Aha-Effekt hervorzubuchen. schön. Auf diese Weise habe ich in letzter Zeit bereits so viel verstanden. Es wird einfach nur wachgeküsst, wahrgenommen und integriert werden. Sehr schön. Danke für diese schöne Zwischenmeldung. Gut, noch eine Frage von Heidi. Meine Tochter ist eineinhalb Jahre alt. Wir kämpfen ziemlich beim Zähneputzen und ich habe sie fixiert und geputzt. Circa zehn Tage lang und mit Geschrei sie Zähne geputzt. Jetzt habe ich gelernt, dass das traumatisierend war. Wie kann ich ihr Trauma auflösen? Es tut mir so leid, Heidi, dass du die Information erst spät, in dem Fall ein bisschen zu spät erhalten hast, dass diese Fixierung, also die körperliche Gewalt, die da im Grunde drinsteckt, für deine Tochter wahrscheinlich wirklich nicht hilfreich war. Sie ist eineinhalb. Also eine auch einfache Antwort. Deine Bindung zu deiner eineinhalb Jahre alten Tochter ist die Kraft, die jede traumatische Erfahrung, die deine Tochter macht, noch transformieren kann. Das heißt, deine Art, wie du mit deiner Tochter gebunden bist, wenn du ihr Sicherheit und Halt und Klarheit und Wohlwollen und Liebe schenken kannst, kann das, was du in den letzten zehn Tagen da mit ihr erlebt hast, wieder auffangen. Damit will ich nicht sagen, das wäre schön, wäre aber zu leicht gesagt, dass man sowas ruhig mal machen kann, weil es ja dann doch wieder gut zu machen ist. Damit will ich nicht hinaus, aber ich möchte damit gerne sagen, dass die sichere Bindung das Heilungsmittel für die auf Englisch sagt man Repairwork, was ein bisschen komisch ist oder für die Heilungsarbeit solcher Erlebnisse ist. Was halt in dem Falle schade ist oder schwierig war, dass du ihr quasi diese körperliche Stresssituation beschert hast und sie das natürlich mit dir verkoppelt und insofern ist es wichtig, dass du solche Situationen nicht wieder kreierst und dass du ihr auf deine Art vielleicht auch erklärst, soweit sie das verstehen nicht mehr tust beziehungsweise dass du jetzt einfach fortan liebevoll mit ihr bist und in deiner liebevollen Art mit ihr solche Methoden nicht mehr anwendest. Ja, und dann wird sich das nach und nach wieder überschreiben sozusagen oder in den Hintergrund treten durch die positiven Erfahrungen, die ihr gemeinsam habt. Es ist schon zehn vor zehn. Es sind so viele tolle Fragen da. Ich glaube, ich mache jetzt mal so Zufallsprinzip und nehme noch zwei Fragen und dann hoffe ich, dass niemand so sehr zurückgelassen wird mit offenen Fragen. Wie gesagt, wir machen bald ein Q&A. So, eine noch aus dem Chat und dann eine aus der Frage-Antwort-Box. Ist Spiritualität, schreibt Ilai Agape, ist Spiritualität ein weiterer Schlüssel, sein Selbstwertgefühl zum Beispiel über die Erfahrung der Verbundenheit zu heilen? Auch so eine wunderschöne Frage, Spiritualität und Selbstwertgefühl. Es kommt ein bisschen auf die Spiritualität an. Weil Spiritualität auf unterschiedlichste Art und Weise gelebt werden kann. Wenn du Spiritualität, wie du es schreibst, zum Erfahren von Verbundenheit nutzt und dir ein Konzept der Spiritualität dafür dient, dann ist das ein wunderbarer Schlüssel zur Heilung von Selbstwertgefühl, auch zur Kreierung von Sicherheit, zum Entwickeln von Sicherheit. Wenn man Hingegen Spiritualität benutzt, um sich auf etwas anderes zu fokussieren und ein Ziel des Erwachens oder der Erleuchtung oder das was auch immer zu erlangen, dann wird es eher nicht helfen oder den heilsamen Prozess noch weiter verzögern. Ja, aber ich glaube, das, was du meinst, ist bestimmt eher ein wunderbarer Schlüssel. So, jetzt scrolle ich hier noch einmal in der Frage-Antwort-Box rum und wähle hier eine Frage aus. Gut, letzte Frage und dann machen wir noch eine kleine Meditation. Wie kann ich mich geborgen und sicher fühlen, um mich und meine Erlebnisse zu heilen, wenn da so wenig Raum im Alltag dafür ist und im gestressten Alltagsdasein man sowieso angespannter ist und verletzlich und triggerbar. Dann ist man sowieso raus aus der Sicherheit und dem Annehmen. Ja, liebe Fragen, du beschreibst ein Dilemma tatsächlich. Also, dass du nach Sicherheit dich sehnst und Sicherheit kreieren möchtest, aber einen Alltag erlebst, der zu wenig Raum dafür bietet. Das ist wiederum ein kollektives Dilemma. Das ist ein Dilemma in der Tat, weil es nicht gleichzeitig geht. Da muss sozusagen so etwas gefunden werden wie eine Zwischenlösung, um dann auch den Alltag verändern zu können. Es ist leider so, dass ganz besonders die Menschen, die viel Belastung tragen, oft diejenigen sind, die wahnsinnig viel leisten müssen oder die für das, was sie zu bewältigen haben, ohnehin schon sehr viel Energie aufbringen müssen. Wenn es dir so geht, liebe Fragende, dann wäre es vielleicht hilfreich, du würdest dir eine Struktur schaffen, in der du ganz klar für dich Zeiten einplanst, die du exklusiv für dich und das Kreieren von Ruhe und Geborgenheit definierst. Das kann abends vorm Schlafen gehen sein, das kann morgens eine Viertelstunde früher aufstehen sein, das kann die Entscheidung sein, dass du früher losfährst und dann noch eine Viertelstunde spazieren gehst, bevor du nach Hause kommst und dich vielleicht in deinen Familienalltag stürzt oder wie auch immer. Also, dass du dir eine Struktur schaffst, wo du diese Möglichkeiten dezidiert einbaust. Und die müssen nicht riesig sein, es muss kein Raum sein für zwei Stunden Meditation am Tag oder für drei Stunden Übungen fürs Nervensystem, sondern es muss generell etwas in dir entstehen, was deine Selbstfürsorge mehr zur Priorität macht und dir dann auch Ideen gibt, wie du das umsetzen kannst. Ich hoffe, das hilft. Ihr Lieben, ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, möchte aber so gerne mit euch auch noch was Integrierendes, Wohltuendes machen mit einer kleinen Meditation. An alle, die jetzt nicht drangekommen sind mit ihren Fragen, ein herzliches Dankeschön für die Fragen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch diese Fragen aufheben würdet für unser Q&A oder dass ihr sie vielleicht in der Transformationsinsel einmal postet, also in der geschlossenen Facebook-Gruppe, sodass dort auch andere darauf antworten können und ich die nach und nach sammeln kann. aber ich freue mich so sehr über so viele Fragen und auch, dass wir heute wirklich so viele sind. Okay, machen wir noch eine Mini-Meditation für alle, die gerne noch meditieren wollen. Ich hoffe, ihr habt Lust. Nachdem wir jetzt viel im Kopf unterwegs waren, braucht es jetzt noch ein bisschen was fürs Gefühl, oder? Gut. Bevor, falls jetzt ein paar auschecken wollen vor der Meditation, sei noch gesagt, sofern ihr über meine Webseite reingekommen seid beziehungsweise euch über die Webseite registriert habt, bekommt ihr automatisch eine E-Mail, wenn die Aufzeichnung von diesem Webinar fertiggestellt ist. Wenn ihr jetzt nur auf der Transformationsinsel, also auf Facebook zuschaut und euch noch nicht auf der Seite registriert habt, dann macht es einfach kurz, unkompliziert, ist auch alles natürlich kostenfrei und dann könnt ihr diese E-Mail auch empfangen. Gell? Gut. Okay, dann gehen wir jetzt zur Meditation über. Ich möchte gerne wieder ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen, aber vorhin war das irgendwie doppelt. Ich werde das jetzt mal probieren und brauche dann noch mal kurz wie beim letzten Mal eure Rückmeldungen. Ich mache mich quasi hier jetzt klein, dann seht ihr mich nur noch am Rande. Computer Ton teilen, so, Bildschirm freigeben und jetzt starte ich die Musik und brauche dann ein bisschen was von euch, ob das zu laut ist. Ich rede ein bisschen weiter und ihr könnt hören, ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Ach, wie lieb! Danke, liebe Marr, Marr für das liebe Kompliment. Zu laut, Musik ist zu laut. Musik, oh ja, die ist ja voll laut. so, okay. So, das ist jetzt gerade auch ein ziemlich leises Lied. Ich glaube, Conchi sagt auch etwas leiser, Simona sagt wunderbar, eins zu eins, so wundervoll, das klingt positiv. Gut, ihr Lieben. Dann wollen wir mal noch was Kleines hinzufügen, bevor wir dann in die stürmische Nacht wechseln und ich wechsle noch kurz die Batterie. Einstweilen kannst du dir schon mal kuschelig machen, gemütlich bequem machen. Ich hoffe, du hörst mich nach wie vor gut. So, ich check noch mal den Ton. Gut. Also, schau, dass du es jetzt für die kleine Meditation richtig, richtig schön bequem hast, dass dein Körper durch deine Position, die du einnimmst, so etwas wie Sicherheit signalisiert kriegt. Vielleicht magst du dich auch schon so ein bisschen einkriegeln, vielleicht magst du mit dieser Meditation auch einschlafen. Ich werde im Anschluss daran noch ein bisschen Musik laufen lassen, sodass du vielleicht einfach auch dann sanft rüber gleiten magst in eine schöne erholsame Nacht. Und dann, wenn du für dich soweit bist, wenn du dir es gemütlich gemacht hast, dann nimm einen wohligen und entspannten nährenden Atemzug und schließe deine Augen. Und spüre, wie du mit geschlossenen Augen augenblicklich ein bisschen mehr von dir spürst. Und dann alle, die fragen, was das gerade für schöne Musik ist, ich werde in der E-Mail einen Link machen zu meiner Spotify Playlist. Und so können alle sich entspannen und aus dem Chat rausschauen, die Augen schließen, wenn sie wollen. Also du spürst automatisch augenblicklich ein bisschen mehr von dir, wenn du deine Augen schließt und nimm wahr, dass du mit deinen geschlossenen Augen mehr in Kontakt bist und begrüße diesen Kontakt zu dir selbst und begebe dich, wenn du magst, in eine wohlwollende Haltung, so sodass alles, was du jetzt von dir spürst, alles, was du wahrnimmst, vielleicht an Gedanken, an Körpergefühl, an Emotionen, einfach sein darf und willkommen ist. Und dann spüre, da, wo du sitzt oder liegst, dass die Anziehungskraft von Mutter Erde, die Schwerkraft ganz sanft und ganz zuverlässig auf deinen Körper wirkt und deinen Körper einlädt, sich ihr anzuvertrauen. Und so gib dein Gewicht ab an die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst und erlaube deinen Muskeln weich zu werden und weit zu werden und Spannung, die sich vielleicht aufgebaut hat im Laufe der Zeit, im Laufe des Tages, jetzt mit der Schwerkraft los zu lassen. und ich mag dich einladen, dir hier, wo du jetzt sitzt oder liegst, einmal deiner Körpergrenze bewusst zu werden, der Oberfläche deines Körpers. Vielleicht ist er eingehüllt in eine Decke, vielleicht spürst du sanft die Kleidung auf deiner Haut, vielleicht magst du auch einmal mit einer Hand ein bisschen über deine Oberfläche fahren, ganz sanft und zart, um deine Kontur zu spüren. und beobachte dabei, wie sich das für dich anfühlt, dir deiner Körpergrenze bewusst zu werden. Und ganz gleich, was das für Gefühle oder Assoziationen in dir auslöst, erlaube dir jetzt dir bewusst zu sein, dass dir diese Grenze helfen kann, dich gut zu spüren. Und damit du diese Grenze, die dir Sicherheit geben kann, jetzt noch ein wenig stärken kannst, mag ich dir ein Bild anbieten, das du vielleicht schon kennst. dafür sieh, stell dir vor, nimm wahr oder erlebe, dass im Zentrum deines Herzens ein wunderschöner, funkelnder und reiner Diamant wohnt. ein Bild für das uhrunversehrte deiner Seele. Dieser Diamant ist in diesem Bild gefertigt aus deiner Seelensubstanz. und dann sieh und fühle und stell dir vor, wie aus deinem Herzens Diamanten das Licht deines unversehrten Wesens, das Licht deiner Seele zu strahlen beginnt. Dieses Licht, von dem ich jetzt spreche, das Licht deines unversehrten Seins, deiner wahren Natur ist stärker, kraftvoller und heller und größer als alle Erfahrungen in deinem Leben, die dich je versehrt haben. Dieses Licht und diese Kraft deines unversehrten Wesens ist immer und zu jeder Zeit stärker gewesen als jede Verletzung als jeder noch so zerstörerische Impuls, der von außen oder von innen kam. Und das dem so ist, ist bewiesen dadurch, dass du da bist. Dieses Licht deiner unversehrten Natur ist, dieses Licht deines wahren Wesens ist das, was dich immer und in jedem Moment in deinem Leben am Leben erhält und schützt. Dieses Licht deines wahren Wesens ist die Kraft in dir, die weiß, dass kein Selbstbild, kein Glaube über dich, kein Glaubenssatz, der schwächend oder belastend ist, wirklich wahr ist. In diesem Licht deines unversehrten Wesens liegt das Bewusstsein darüber, wer du wirklich bist. Und so erlaube dir jetzt dieses Licht aus deinem Herzen sich sanft ausdehnen zu lassen. Über den Bereich deines Herzens hinaus in deinen ganzen Körper hinein und dann über deinen Körper hinaus, über die Grenze deines Körpers hinaus so dass auch dein ganzer Körper in diesem Licht liebevoll geborgen und von ihm umhüllt ist. Und dann stell dir vor, wenn du magst und wenn es sich für dich stimmig und gut anfühlt, wie dieses Licht deines unversehrten Wesens, dieses Licht deiner wahren Natur in jede deiner Zellen vordringt, ganz sanft und ganz behutsam in seiner Selbstverständlichkeit und in dieser unbeschreiblich liebevollen Präsenz. und wie dieses Licht in jeder einzelnen deiner Zellen das sanft umhüllt, was verletzt wurde. Und so strömt dieses Licht in deine Nervenzellen, die zusammen Netzwerke bilden von Glaubenssätzen, von Ideen und Überzeugungen und es strömt einfach ohne etwas zu wollen, ohne Veränderung zu forcieren. Dieses Licht, diese Wahrheit strömt einfach dazu, umarmend, liebevoll, lindernd. Und während du das erlebst und vielleicht spürst und fühlst, atme entspannt und wohlig. und lass das Licht strömen und fließen in die Bereiche deines Daseins, die es brauchen. Und vielleicht spürst du Entspannung in deinem System. Vielleicht kommen auch ein paar Emotionen ganz gleich, was da ist. Erlebe es umhüllt in diesem Licht deines wahren Wesens. Und wenn du magst, dann sende die Botschaft in dein Inneres, wo all deine versehrten Anteile, die Gefühle der Versehrtheit oder deines Selbstzweifels sich verborgen halten, sende die Botschaft nach innen, dass dieses Licht die wirkliche Wahrheit ist, die Wahrheit über dich und dass dieses Licht die Kraft ist, der du dein volles Vertrauen schenken kannst. Dass dieses Licht und diese Kraft und diese Präsenz die Adresse ist, an die sich all das Versehrte wenden kann. Denn in diesem Licht findet alles versehrte Geborgenheit, Nahrung, Halt und Liebe. Und während diese Botschaft in dein Inneres sinkt, sei dir bewusst, dass du dieses Licht bist. Sei dir noch einmal ganz, ganz, ganz bewusst. Lass es so sehr du nur kannst in dein Bewusstsein, dass dieses Licht nicht von außen kommt, nicht weit weg ist, dass dieses Licht deine Essenz ist, dass du es bist, mehr als all die Selbstbilder, die durch Verletzungen entstanden sind. Und dann nimm, wenn du magst, noch einmal den Glauben über dich, den du zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit heute Abend in dir entdeckt hast und hülle diesen Glauben über dich, diesen hinderlichen Glauben über dich, jetzt in das Licht, das aus deinem Herzen strömt. Umarme dich in diesem Licht und umarme diesen alten hinderlichen Glauben in der Anerkennung, dass er eigentlich einmal dem Überleben gedient hat. Und wenn du es magst, zum Abschluss dieser Meditation, schenke dir tatsächlich eine Liebe Umarmung, indem du deine Hände auf dein Herz legst oder deine Arme um deinen Oberkörper legst. Vielleicht nimmst du dein Gesicht in deine Hände liebevoll, zart. Und mit dieser sanften Bewegung bereite dich sanft darauf vor, wieder aufzutauchen aus der Meditation oder wenn du es möchtest, einfach in ihr zu verweilen. Und wenn du zurückkommen magst, dann gönne dir einen schönen wohltuenden Atemzug und sei dann ganz willkommen zurück in diesem Hier und Jetzt. Und lass nachklingen, was du für dich heute Abend erlebt hast. Ich werde mich jetzt leise hier rausschleichen. Der Chat ist noch offen, wenn du noch etwas da lassen magst. Lass mir gerne, falls du was schreiben magst, deine Befindlichkeit da. Und lausche, wenn du magst, noch eine Weile die Musik, die noch für dich läuft. Und sei dir an dieser Stelle meiner Wertschätzung und meiner Dankbarkeit bewusst für dein Dasein und für dein Vertrauen, was du mir geschenkt hast heute Abend. Ich danke dir sehr, dass wir verbunden sind und wünsche dir einen wunderschönen Abend noch, eine gute Nacht, einen schönen Start in die neue Woche. Genießt die Musik, ich schleiche mich raus und danke euch fürs Dasein. Tschüss ihr Lieben. Dasein 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 Dasein